So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist früher Morgen, es ist 7.45 Uhr. Normalerweise, wenn ihr wüsstet und überhaupt. Und wir wollen wieder kämpfen. Ich habe für heute noch kein Video. Ich möchte jetzt immer gucken, dass ich jede Woche eine Folge Ramses Minus rausbringe. Und letzten Mittwoch hat wieder gewechselt, nämlich die GO-Kampf-Liga in die Hyper-Liga. Die finde ich ja meistens viel besser und schöner und attraktiver als die Super-Liga. Auf die Meister-Liga freue ich mich am meisten, aber jetzt habe ich mal schnell wieder hier mein Triple H-Team genommen und werde in, ist das überhaupt richtig? Ja, die Rettina war immer vorne. Stürzen wir uns jetzt einfach mal hier rein. Ich muss immer noch Rang 20 erreichen. Also eigentlich muss ich Rang 19 erreichen für die Top-Lade-TM. Eigentlich müsste ich gar keinen Rang erreichen. Ich habe eh noch so viele Top-Lade-TMs. Weiß gar nicht, wohin damit. Ich möchte aber Rang 19 erreichen mit der Top-Lade-TM. Das ist ein Sau-Sau-Sau-Witsch-Gang. So heißt der Gegner. Der kommt direkt mit Giratina. Das heißt, ich wechsle schnell aufs Labras. Da hinten ist ein Adi. Der macht was anderes. Jetzt wechselt er wieder hier und geht auf das Low-Cock. Das ist Feuer. Ich habe Wasser, aber er hat natürlich auch Kampf gegen Eis. Das heißt, weil ich zuerst gewechselt habe, bin ich jetzt am Arsch. Weil er nämlich einfach nachher gewechselt hat und bis ich mal hier irgendwie was machen kann, bin ich schon tot, da der natürlich Kampf-Moves hat. Ich muss jetzt auch abwehren, sonst ist das weg. Und gegen das Tokakiss habe ich nichts mehr entgegenzusetzen. Weder mein Giratina, noch mein Maromai. Könnte irgendwas ausrichten. Der wird jetzt den zweiten Move hier auch abwehren und dann hat er leichtes Spiel, mich wegzuhauen und dann alles gegen... Eigentlich könnte ich schon aufgeben. Guck, jetzt macht er diesen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal zu einem Surfer komme. Wir probieren es einfach. Aber wenn er mich jetzt weghaut, dann war es das. Und schaffe ich noch einen Surfer? Es wird ganz knapp. Er hat kein Schild mehr. Ich habe kein Schild mehr. Ich darf jetzt einen Surfer machen gegen sein Feuer. Das ist sehr effektiv. Da haben wir es weggehauen und jetzt komm zurück mit Tokakiss. Aber ich bin ja schon tot. Ich könnte höchstens versuchen, jetzt auf Maromai zu gehen und dann Steinhagel auf das Tokakiss zu werfen. Wenn es natürlich vor mir fertig ist mit seinem Move, bin ich auch weg. Ich habe den Steinhagel jetzt hier. Ich kenne sein drittes Pokémon nicht. Mensch, und eben war ich noch fertig mit der Welt und müde und kaputt und jetzt bin ich gefühlt schon wieder ein bisschen da. Wir sind da. Wir sind angekommen, sagen wir mal. Wir können jetzt hier Antikkraft uns reinziehen. Jetzt den Rest versuchen mit Giratina zu machen. Jetzt eins gegen eins. Ich bringe Hans mit. Und da hat er auch einen Drachen, einen Keilriemen. Mache ich da jetzt Drachenklaue gegen Keilriemen. Der hat aber auch Eis. Der hat bestimmt hier Keilzeit. Oder wie die Attacke heißt. Diese komische. Wenn der jetzt einen Move macht, bin ich bestimmt weg. Nee, er gibt auf. Ich habe gewonnen. Ich bin der Beste in diesem einen Match gewesen von uns zwei. So. Finde ich sehr gut. Das startet schon mal in die Überliga. Genau. Das startet schon mal in die Überliga rein. Da sehe ich doch schon mal ein bisschen Erfolg. Das motiviert das Sporn an. Da hat man Bock auf mehr. Ich habe seit dem letzten Mal auch nicht wirklich wieder was gemacht. Ich spiele meistens nur hier im Video. Das ist der Ismet. Den kenne ich nicht. Der kommt mit Filinara und da muss ich schon wieder wechseln aufs Labras. Das machen die mit Absicht, glaube ich. Jetzt bleibt gefälligst drin. Filinara braucht, glaube ich, ultra lange, um überhaupt irgendwann mal irgendeinen Move zu machen. Jetzt ist er auf Aquana gewechselt. Sonst habe ich gesagt, ich freue mich immer, wenn die Gegner Aquana spielen, weil das Aquana ja gefühlt nichts kann und nichts macht. So. Mit Server brauche ich da jetzt gar nicht ankommen. Der dürfte auch keinen Schaden machen bei uns. Großartig. Der hat ja meistens nur nass Schweif. Wir gehen also direkt mal auf Eisstrahl. Schauen wir mal, was da der Unterschied ist. Obwohl, ich bin schon im gelben Bereich. Was ist da denn los? Das habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt ist er auch gelb. Ich glaube, ich würde doch wieder aufs Server gehen, weil der einfach mich hier... Schau, verstehe ich nicht. Was macht der? Was macht der? Der ist schon wieder. Ich brauche das. Ich muss jetzt schilden. Der wird nicht schilden. Ich muss schilden. Obwohl das ja gar nicht so viel abzieht. Aber Siedewasser. Ja, ja, ja. Das ist sehr schön. Aber ich brauche eigentlich das Labras mit seinem Eisstrahl und mit dem Server und mit allem anderen, was er sonst noch so hat, gegen das Filinara. Denn Filinara ist natürlich wieder sehr gut gegen meine zwei anderen Viecher, die ich noch da auf der Hand habe. Deswegen jetzt schnell noch einen Server hinterher gedrückt. Wunderbar. Der geht noch durch. So. Eins. Und jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt muss ich wieder ein Schild nehmen. Oder das war's. Ich nehme nochmal ein Schild. Ich brauche ja dieses Labras. Eben habe ich auch keine Schilde mehr gehabt und habe da alles durchgerotzt. Mal gucken, was passiert. Er hat nämlich auch noch eins. Jetzt, wenn er sein Filinara zurückholt, könnte er die nächste Attacke auch schilden. Dann stehe ich immer noch da. Ja, nehmen wieder Surfer. Vielleicht macht er auch nicht so viel Schaden und ich kriege noch einen Surfer hin. Einen mit Schild, einen ohne. Gucken wir mal. Ansonsten wüsste ich nicht. Ne, bin tot. Was machst du jetzt? Ja. Das ist nicht gut. Das ist aber auch nicht gut. Der greift schneller an. Ach komm. Geh auf Schattenstoß. Schnell. Nimm bitte keinen Drachenklaue. Geh mal auf den Schattenstoß und guck mal, was passiert. Er darf natürlich angreifen. Das passiert. Das ist aber sehr schön. App Store. Wieso machen die da oben Werbung? Psychoschock. Der hat gar keinen Feenmove. Dann greifen wir jetzt an mit Geist. Ich bin der Geist, der die Welt bereist. Das ist die Fortsetzung vom letzten Mal. Da hieß es nämlich nur, ich bin ein Geist. So hieß eine Sendung und die heißt jetzt, ich bin ein Geist, der die Welt bereist. Teil 3 ist dann, ich bin der Geist, der ins Klo scheißt. Aber das haben wir doch nicht. Das ist dann, wenn wir die Sendung abends rausbringen. Jetzt muss ich versuchen, wirklich mit den Quick Moves den Gegner wegzudrücken, meine ganze Energie einzubüßen. Und wenn jetzt hier das Stahl-Pokémon entgegengesetzt wird, habt ihr immer noch Kampf. Und es ist ein Vermikula. Das habe ich ja noch nie gehabt. Vermikula. Bitte noch einmal Kreuzheb. Vielleicht schaffen wir es noch. Was weiß ich, was der für attacken kann. Ich habe noch nie gegen Vermikula gekämpft. Noch ein Kreuzi. Und nochmal so. Nein! Greift er an. Und das wird jetzt der Tod sein. Ich habe gedacht, das schaffe ich noch. Aber nix. Aber ist halt schon ein bisschen, wenn man das so sieht, wie der mit seinem Felinara mich einfach komplett unter Druck setzt. Aquana und Vermikula waren ja gar nicht so schlimm. Also, wenn ich die sehe, da muss ich lachen. Aber bei Felinara, da hört es halt auf. Da ist halt alles weg. Außer er hat Felinara und ich am Anfang Lapras. Da lache ich auch. Bakhoi Bax. Klingt wie ein Wrestler aus NXT. Jetzt würde ich schon wieder wechseln auf Bakhoi. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich warte jetzt erst mal. Weil der hat ja auch Verdammt. Der hat ja auch Stahl drin. Da gehen wir mal auf Geist. Der macht bestimmt jetzt hier nix. Guck. Deswegen machen wir auch nix. Schauen, wie sich das verhält. Jetzt ist... Willst du mich? Der ist jetzt gewechselt auf Glurak. Bring das jetzt was? Bring das nix? Ja, wir machen eigentlich gut Schaden. Der ist schon halbtotig. Ich hebe mir den jetzt hier auf. Ja, bei Glurak, wir können es mit Lapras Wasser. Aber dann hat er ja wieder... Der bringt mich ja um, wenn er Loa-Kanonade macht. Gegen meinen Eisrücken. Macho Mai könnte Steine werfen. Aber wir bleiben einfach mal drin in dieser Konstellation. Kurz. So, der klaut mein zweites Schild. Oder auch nicht. Ich geh mal, ich lass mal raus. Ich habe ja trotzdem, den Rest mache ich mit anderen. Wenn das jetzt was wird, das wird so erst mal nix. Jetzt, jetzt, jetzt. Der ist fort. Wer kommt rein? Ich hab noch Geist. Hat er, holt er seinen Impolion zurück? Dann können wir jetzt den Geist austesten. Wir ziehen ihm den Geist raus. Schattenstoß. Yo! War nix. Aber egal, den Rest würde ich dann mit Macho Mai machen. Ich geh nochmal auf den Schattenstoß. Der lädt halt wirklich alles voll. So, jetzt kann der ruhig, wenn das Giratina jetzt weggeht, egal. Die Giratina ist weg. Beide haben ein Schild. Ich komm mit Macho Mai. Der müsste jetzt richtig drauf klatschen. Hier, eins, zwei. Macht der Aquahaubitze, macht der was anderes. Ich lass mal eins durch. Ich hab ja noch volle Energie. So, bis zur Hälfte. Jetzt aber nicht nochmal. Ne, er ist eh schon weg. Er ist raus. Er hat Giratina. Ich wechsel. Und jetzt auf Eis gehen. Jetzt auf Eis.de. Jetzt einen Eisstrahl zünden. Oder wir fangen mal mit dem Surfer an. Weil der hat ja noch ein Schild. Das Schild muss ja erst weg. Das ist aber sehr verworren. Missio Ramses. Er schildet. Und jetzt können wir genüsslich hoch zum Eisstrahl. So lange lassen wir auch mal durch. Drachenmoves. Nix. Geistmove. Nix. Hoffe ich. Obwohl, wenn ich mir das so angucke, vielleicht sollte ich auch trotzdem einfach einen normalen Surfer zünden. Weil der trotzdem irgendwie... Ne, jetzt... Das reicht mir. Der hat seinen Move gewechselt. Der macht Antikraft. Dafür kriegt er jetzt den Eisstrahl ab. So, bitteschön. Das ist der Rest, den ich noch für dich übrig habe. Kriegst du drauf, bist du weg. Und das Machomai musste eigentlich gar nicht viel machen. Dritter Kampf. Zweiter Sieg. Zwei Kämpfe noch. Einen Sieg brauche ich noch für die Pokémon-Belohnung. Da freue ich mich ja immer. Das ist eigentlich das mein Ziel in jedem Match. In jedem Set. Dass man wenigstens zur Pokémon-Belohnung kommt. Um zu gucken, was da drin ist. Die Legendären gibt es ja erst ab Rang 20. Aber... Ja... Müssen Sie ja nicht übertreiben. The Sexy Sportsman. Mit Rexblieser. Und wieder stehe ich vorne drin mit einem Drachen. Und er hat Eis. Und dann wechsle ich. Und jetzt wechselt er bestimmt auch gleich. Oder er wechselt nicht. Er hat gewechselt. Er kommt auf Toxikack. Mann. Hätte er halt den Wuchtschlag noch abgefangen. So, nix. Ist ja brutal. Der macht auch Kampf. Ich mache einfach nochmal. Dasselbe. Wieso habe ich jetzt so viel wenig Energie ab Gift. So viel weg ab Gift Energie mit Zeug. Hm, hm, hm. Hm. Giratina. Lapras nicht unbedingt. Wenn er Kampf hat. Gehen wir zurück auf Giratina. Dann kann er gleich wieder wechseln. Wieder auf seinen Rexblieser. Und kann dann dem... Kann dann dem armen Giratina an die Nase fassen. Das heißt, wenn er tot ist und Rexblieser kommt, müssen wir auch eigentlich wieder wechseln. Wir können ja mal einfach unsere Moves ein bisschen aufladen. Ich glaube, der kann nicht viel Schaden machen. Also wir laden ein bisschen die Moves auf. Guck. Wir laden, wir laden, wir laden. Der Move ist voll. Wir machen aber nichts. Wir warten jetzt. Und wenn er jetzt auf Rexblieser wechselt... Oh, hat er gar nicht. Er ist auf Metagross gegangen. Ah! Ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Da ist noch eine Pflanze mit drin, ne? Ich muss jetzt alles verbrauchen. Ich habe immer noch Giratina, dann gegen Metagross. Hat noch Schattenstoß. Das dürfte passen. Jetzt einfach überall Eis drauf. Ach, und ich habe natürlich schon auf Surfer gedrückt. Ich plebo. Der ist doch eine Pflanze. Da kommst du mit Eis. Was mache ich? Nichts. Aber wenigstens ist er ein Schild weg. Okay, ich habe noch mal auf Surfer. Mir jetzt egal. Weil der halt voll ist. Ich habe Angst, wenn ich bis zum Eisstrahl gehe, dass der mich umbringt. Weil ich nicht zählen kann. Und es ist wahr. So ist es nicht ganz. Weil ich ja jetzt, jetzt und, 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 knapp. Fast. Aber ich habe noch ein Schild. Das nehme ich jetzt aber nicht. Ich brauche das für Giratina. Ich muss zweimal unbedingt meinen Move machen. So, jetzt. Hau den raus. Hau den raus. Genau. Und jetzt direkt. Er hat kein Schild mehr. Jetzt auf Schattenstoß. Jetzt kommen die Geistenhoves gegen das Metagross. Und ich habe noch ein Schild. Vielleicht schaffe ich einen zweiten Schattenstoß. Ich weiß nämlich nicht, wie viel der abzieht. So die Hälfte. Das ist gut. Ich darf mir jetzt nur nichts anmerken lassen. Er greift an. Wir haben unser Schild noch. Lichtkanone. Mann. Und der nächste Schattenstoß. Und das Ding ist im Sack. Und damit habe ich auch die Pokémon-Belohnung aus diesem Set freigeschalten. Der letzte Kampf ist hinfällig. Aber bringt uns natürlich mit einem Sieg schneller zum nächsten Rang, als wenn ich jetzt absichtlich verlieren würde. Deswegen würde ich nie absichtlich verlieren und rausgehen. Ich würde trotzdem immer versuchen, einen Kampf richtig zu spielen. Kannst du ja auch nur üben. Und in Situationen kommen, die dir später mal den Arsch retten, wenn du die schon hattest. An Gegnern austesten. Wenn du beim ersten Pokémon gleich rausgehst, weißt du gar nicht, was hat der denn noch? Was rennt denn noch so rum in der Hyperliga? Bodini-Sevon. D-One. D-One. Bodini-D-One. Giratina-Giratina. Ein kleines LKW-Rennen zu Beginn. 2-5. 2-4-6-1. Wer macht was? Ich gehe auf Drachenklaue, weil das... Oh, der ist schon fertig. Der hat auf jeden Fall einen anderen Move als ich. Das heißt, der hat einen Drachen-Move als Quick-Move. Ich habe einen Geister-Move als Quick-Move, glaube ich. Oder was habe ich überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war beim geflügelt Rentier, wo das war. Er ist auf jeden Fall jetzt schon gelb gewesen vor mir. Ich erst nach ihm. Abgewehrt. Nochmal ran gesetzt. Durchgezogen. Schildet er. Ich glaube, der bringt mich gleich um. Nee, er schildet nicht. Er lässt es durch. Er hat jetzt hier ein Unlicht. Da wechseln wir auf Maromai. Weil wegen Kampf gegen Unlicht. Jetzt kommt er hier mit... Ist das Sumpex? Boden? Boden und Wasser habe ich nur gesehen oben. Ich weiß nicht, bis mein Gehirn das sieht. Ja, es ist Sumpex. Ein Sumpex, der kann auf jeden Fall eine Aqua-Hubitze frisst er. Da dürfte nichts passieren. Und dann habe ich ja schon wieder meinen nächsten... Dann habe ich ja schon wieder meinen nächsten Kreuz-Hieb fertig, den er abwehren muss. Im Normalfall. So. Ich brauche jetzt auch keinen Schild. Obwohl ich Maromai eigentlich bräuchte, gegen das, was sonst noch kommt. Also würde ich jetzt versuchen, das Maromai aufzuheben. Nochmal... Nochmal mein letztes Schild rauszuballern. Schnell auf... Kreuz-Hieb zu gehen, dass der weg ist. Mir nicht noch mehr Schaden macht. Und ich... Beim Sly-Mog wenigstens... Zwei, drei Schläge in den Bauch noch unterbringen kann. Hier, eins, zwei, drei. Da waren ein paar Schläge dabei. Der Move geht sogar auch noch durch. Sollte ich jetzt vielleicht wechseln, dass wenn er einen Move macht, der Move nicht auf mich drauf geht. Oder lohnt sich das gar nicht? Ach, wir bleiben einfach drin. Dann soll er das halt aufladen. Gift und nicht, Gift und nicht. Da ist mit Giratina doof. Wir gehen aufs Labras. Labras kriegt jetzt alles ab. Labras. Wir spülen es einfach weg, oder? Ja. Geht halt schneller. Einmal... Einmal wegspülen. Einmal vereisen. Eis. Es ist eh warm. Wäre gut. Aber wir spülen erst mal. Schlammwoge. Der macht mich ja übelst fertig. Aber er hat ja kein Schild mehr. Was macht der Surfer? Mit einem Klumpenschleim. So. Ein bisschen was, aber nicht so viel. Eins, zwei, drei. Flieg jetzt raus. Ach, er ist schon fort. Er hat gar keinen mehr. So. Das sieht doch gut aus. Da ist nämlich jetzt die Pokémon-Belohnung mit drin. Fünf Kämpfe. Der letzte ist nicht. Wir holen das hier ab. Und es ist ein Labras. Ja. Bruder. Bruder Hackstock. Eins. Jetzt hüpft er wieder. Gespannt. Ich glaube, wir müssen mal andere Bälle nähen. Das dauert sonst ewig, bis er drin bleibt. Und er ist drin, wollte ich sagen. Nein, ist er natürlich nicht. So, wir nehmen mal hier Bälle. Einfach fabelhaft. Was war das für ein Krampf damals, als du das erste wilde Labras gesehen hast. Dann hast du einfach drei Millionen Bälle verschossen, weil du es nicht geschafft hast, drauf zu zimmern. Drei Sterne. 14, 14, 12. Mitgenommen. Steigen wir jetzt auf. Sind knapp über der Hälfte. Ich denke mal, das sind noch... Braucht man zehn Kämpfe ungefähr. Vielleicht sind das jetzt sechs. Also ich glaube, ich bräuchte... Also Siege. Ich glaube, ich brauche noch vier Siege, um aufzusteigen. Kann man ja mal gucken. Wenn wir jetzt wieder einen Vierer haben. Vier eins oder so. Müsste das reichen für den nächsten Rang. Giratina. Gegen Barrikadax. Ist nicht gut für mich. Wir wechseln gleich mal auf Machomai. So, und jetzt. Der dürfte richtig viel Schaden machen. Und jetzt wechselt er raus und wieder auf Sumpex. Jetzt kann ich es auch lesen oben. Und gleiche Taktik wie eben. Wir können mit dem Sumpex... Wir können das Sumpex erstmal ein bisschen unter Druck setzen. Aber trotzdem würde ich das Machomai behalten, weil es ja auch gegen das Barrikadax gut Schaden macht. Ich würde diesmal sogar den ersten Schilden... Und wahrscheinlich auch den zweiten. Er hat ja sowieso schon ein Schild genommen und hat dadurch eins weniger wie wir. Jetzt steht es wieder 1-1. Ich habe schon wieder meinen Move, den er vielleicht jetzt durchlässt. Er schildert auch wieder ab. Er hat beide Schilde einfach losgelassen. Das ist interessant. Da gehe ich wieder hier drauf. Ich hätte ja auch gern Labras reingeholt und ihn mit Wasser weggespült. Aber wenn der dann mit seinem Barrikadax gegen meinen Labras kommt, das ist nicht so gut. Er ist schon im gelben Bereich. Er hat schon weniger als die Hälfte. Ein Kreuzheb würde es sogar fast richten. Es fehlt ein bisschen was. Schaffen wir es jetzt? Nein, wir schaffen es nicht und wir sind tot. Und Barrikadax ist natürlich mit Kampf gut gegen Labras. Gleichzeitig aber auch wegen Unlicht gut gegen Giratina. Hmm. Was machen wir? Ich hole trotzdem erstmal Labras rein. Oh, jetzt kommt er mit Tromborg. Es kann doch nicht sein. Dann lass es drin, bis ich einen Eisstrahl voll habe wenigstens, dass der schon mal weg ist. Tromborg halt auch. Hier Pflanze gegen Labras. Und dann hat er noch Geist gegen Giratina. Warum nehme ich nicht solche Pokémon? Weil ich die nicht mag. Ich mag die, die ich habe und es passt. Eisstrahl hat gesessen. Er kommt rein. Das Barrikadax machte direkt einen Angriff. Nachthieb, okay. Das ist nicht so schlimm. Aber der Quickmove haut natürlich rein. Schnell noch einen Server zünden. Nachthieb wäre gegen Giratina. Giratina würde das ein bisschen ärgern. Aber beim Labras nicht so. Der Quickmove ist jetzt auch nicht so krass. Schaffen wir jetzt noch irgendwas. Er macht nochmal was. Okay, hau raus. Wir haben noch Giratina. Giratina ist doch noch gefühlt komplett voll, oder nicht? Ne, es war bei der Hälfte. Giratina ist bei, ich weiß es nicht, muss ich sehen. Giratina ist voll. Voll. Er ist weg. Gut, fertig. Erstes. Eins von fünf. Gewonnen. Im Sack. Hab mein Outfit übrigens wieder geändert. Hab jetzt wieder einen Rucksack mit Gengar dran. Bin ja die ganze Zeit hier in diesem Professor Willow Outfit, Monetico Dings Outfit rumgelaufen. Mit komischer Brille, mit alten modrigen Klamotten und Leder, Mann, Lederjacke. Jetzt wieder spritzig am Start. Eishammer ist der Gegner. Das heißt, ich hab bisher jeden Gegner vorgelesen. Bis auf den davor. Den hab ich nämlich einfach ignoriert. Das hat er gar nicht verdient, dass man den da erwähnt. Was kann Tangelos? Hallo Adi, Schatz. Wir lassen's mal durch. Zeig mal deinen Popöchen. Adi, Schatz. Steinhage. Das ist nicht viel. Adi, ich liebe dich ja auch. Wenn du wenigstens nachts mal eher kommen würdest, anstatt den ganzen Tag im Wäschekorb zu liegen und einen zu ignorieren und jetzt sowas, das kann ich immer nicht nachvollziehen. So, Labras. Labras, Labras, Surfer. Wenigstens hat er zuerst gewechselt. Jetzt wird er sich wünschen, dass er das Tangelos noch hat. Das schiebe ich mal weg, dass dein Bobster nicht drauf geht. Sonst machst du wieder irgendwo Pause oder beendest irgendeine Aufnahme. Und dann kriege ich es wieder nicht mit und dann ist es zu spät. Noch ein Surfer. Hat immer noch keinen Move gemacht. Wie lange braucht Granbull denn bitte, um sein Zeug aufzuladen? Da ist das ja richtig schlecht. Da lacht man ja, wenn man einen Granbull sieht. Und jetzt hat er sogar ein Schild. Ein Schild genutzt. Das heißt, ich kann auch ein Schild nutzen. Ich kann auch ein Schild nutzen. Nahkampf. Deswegen nimmt er das oder was? Jetzt sinkt noch die Verteidigung. Wir können uns aufladen. Haben dann schon wieder einen Move voll. Jetzt kommt Pflanze rein. Pass auf, ich muss jetzt auf Eisstrahl gehen. Vielleicht lässt er den durch, weil er nicht weiß, was los ist. Ansonsten ist halt das nächste Schild auch weg. Ist mir auch recht. Er lässt ihn durch. Er hat es nicht kommen sehen. Und er hat jetzt noch ein Mammut-Hell. Das ist richtig genial. Ich komme sogar noch zum Surfer. Ich habe noch ein Schild. Und ich habe noch Maromai komplett voll, mit dem ich jetzt angreifen kann. Nein, doch, da ist es doch. Ich habe gedacht, ich habe falsch gedrückt. Der Adi hat gerade das Klebeband geklaut und wühlt da unten rum. Er gibt auf. Das ist nichts. Wenn die da rumwühlt, die Katze, dann macht er immer so und frisst. Der klebt auch die ganze Schnute zu. So, weiter. Zweiter Sieg. Zweiter Sieg. Zwei von fünf. Ihr seht, unter welchen schweren Bedingungen man hier arbeiten muss. Da muss man reden. Man muss denken. Man muss atmen. Man muss kämpfen. Man muss noch auf die Katze aufpassen. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man sich nicht einstuhlt. Giratina. Gegen Giratina. Wieder mal sehr schön. Wieder ein kleines LKW-Rennen. Gucken wir, wer die Nase vorn hat. Er hat 24, 93, 25. So. Wir machen unterschiedliche Moves. Man sieht es wieder. Er darf auch zuerst... Ich habe mehr Schaden gemacht. Dafür hat er schneller Energie generiert. Er kommt jetzt hier mit Drachenklaue. Ich komme auch mit Drachenklaue. Das heißt, er müsste jetzt auch schon direkt im gelben Bereich sein. Das ist nämlich das Phänomen, was wir vorhin hatten. So. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich aber auch direkt gelb. So. Machen wir jetzt noch was. Wir schilden jetzt mal ab. Denn er schildet bestimmt... Nicht. Bis ich fertig bin, hat er eh kaum noch Energie. Da lohnt es sich das gar nicht mehr, ein Schild auszugeben. Denkt er sich. Machen wir so. Kein Problem. Ich denke mal, ich hätte es aber nicht geschafft, den Rest mit dem Quickmove runter zu prügeln. Das musste also so sein. Jetzt hat er Zoom Packs. Zoom Packs ist eigentlich... Könnte ich mit Giratina trotzdem ein bisschen was reißen. Habe auch mein Move schon voll. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal drin. Ich bleibe drin. Und mache hier nochmal Drachenklaue. So. Jetzt hat er auch schon fast keine Energie mehr. Bringt mich zwar um. Aber jetzt nehme ich Labras. Nehme ich Labras. Wasserboden. Und ich nehme Labras. Und versuche still einen Surfer zu machen. Er hat immer noch zwei Schilde. Maromai hält halt nicht so viel aus. Maromai hätte eine Aqua Obitze abbekommen. Hätte vielleicht einmal kurz seinen Move gemacht. Und dann wäre es das auch wieder gewesen. Er macht jetzt hier bestimmt... Erdbeben. Jetzt hätte ich es gewusst. Habe aber nichts gesagt extra. Würde ich so lassen. Jetzt wechsle ich mal kurz auf... Auf Maromai. Das muss jetzt sein. Der ist nämlich grün gegen die Pflanze. Also jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber ich versuche trotzdem noch weiter zu machen. Ich muss... Ich mache auch jetzt Kreuzhieb. Ich hätte gerne Steine geworfen. Aber der hat ja eh noch ein Schild. Und das dauert noch so lange, bis das voll ist. Mann! Na, die Schatz! Hör doch auf damit! Was machst du denn? Und jetzt bin ich weg. Und jetzt wird es spannend. Wie Bettlagen. Oh, mein Labras ist schon fast tot. Das heißt, die Flora-Statue reißt mich jetzt komplett um. Und ich bin weg. Und er hat noch zwei Pokémon. Was macht er da? Müssen wir das Maskottchen hier verankern. Bis der rote Dings nicht da ist. Und jetzt zeigt es mir an 0. Als ob ich 0 von 5 Kämpfen ausgetragen hatte. Das war der zweite, mindestens. Ich bitte euch. Übrigens ist da ein Groudon. Weil das Groudon das Kanal-Maskottchen für den Mai ist. Jetzt ist es Mai. Das heißt, immer bei den Ramses Minus-Folgen. Oder bei irgendwelchen Info-Videos. Begleitet uns dieses Groudon. Weil das halt vom Raid-Mania-Gewinner ausgesucht wurde. Und wir machen weiterhin Raid-Mania. Ja, leider Gottes. Auch wenn wir nur noch 5 Raids machen können. Statt 20 machen wir am Mittwoch weiter Raid-Mania. Und der nächste Gewinner kann dann, der die meisten Punkte halt im Mai geholt hat, das Maskottchen für Juni bestimmen. Und jetzt, man weiß es nicht genau, wir starten einfach mal neu, weil es sich wohl aufgehangen hat oder so. Das kommt auf jeden Fall heute am Freitag noch online. Gestern habe ich ein bisschen Quatsch erzählt. Gestern habe ich was erzählt mit Hannes und der Pfeffi-Flasche. Und gesagt hat er, es kommt dann Freitag als Premiere. Aber ich habe ja immer noch Video von der Fahrer und einem Bier-Tasting. Das kommt heute am Freitag 20 Uhr als Premiere. Das andere, das ist ja die Meile. Die muss man ja nochmal nach hinten so ein bisschen legen. So ein bisschen verschieben. Für nächste Woche dann vielleicht. Den Umzugs-Flock muss ich auch noch schneiden. Ich weiß nicht, was sinnvoller ist. Erst den Umzugs-Flock, dass man nicht mehr in der Wohnung ist. Und als Abschluss dann die Meile hochzuladen. Oder die Meile zwischendurch. Und dann erst den Umzugs-Flock. Es ist beides. Es hat ein bisschen so Endzeit-Stimmung. Ja, der Umzugs-Flock ist eh viel zu viel geredet und gezeigt. Zwischendurch aber ein paar coole Szenen. Wie man die Möbel da rumschmeißt. Und die Matratze hier durchs Treppenhaus jagt. Wie die von alleine die Treppe runtergelaufen ist. Das war schon cool. Das hat schon Spaß gemacht. In so einer schweren Stunde. So, jetzt hat er auch hier Giratina am Start. Da können wir immer noch Labras entgegensetzen. Aber wir machen erst mal so. Wir haben ja vorhin beim Sumpex gut was gezündet. Wir hauen jetzt hier noch einmal einen drauf. Der bringt uns wahrscheinlich um. Ach komm, wir lassen es durch. Wir haben eh kaum noch Energie. Das wäre jetzt Quatsch. Da nochmal ein Schild zu nehmen. Weil wir eh keinen Move mehr machen können. Kommen wir lieber mit Labras rein. Das ist ja sehr effektiv. Bisher hat noch keiner. Ein Schild genommen. Das kann eigentlich auch nichts. Wir lassen es also nochmal durch. Kommen wir jetzt mit dem Surfer. Was bestimmt ausreichen würde. Oder ein Schild nimmt. Es nimmt ein Schild raus. Es reicht aus. Es reicht aus. Was macht es? Es reicht nicht aus. Okay. Naja, wir haben ja noch Quick Moves. Guck. Eins. Zwei. Drei. Da ist er weg. Und wenn jetzt Sumpex wiederkommt. Können wir schon wieder die nächsten Server zünden. Da muss er aber jetzt schilden. Wir können auch noch schilden. Aquahubitze wäre jetzt nicht so schlimm gegen uns. Aber er macht Gutschaden. Ich glaube, der geht auf Erdbeben, wenn ich mir das so angucke. Dann schilden wir jetzt einmal. Sollte ich jetzt auf... Komm, ich gehe jetzt einfach auf Maromai. Ich mache was ganz Verrücktes. Ich wechsle direkt rüber auf Maromai. Und habe ich gar nicht mitbekommen. Aber doch, er hat auch gewechselt. Ich lasse mal einmal durch. In der Hoffnung, dass ich es überlebe. Ja. Mach meinen Move. Dann ist vielleicht sein letztes Schild weg. Ich habe noch ein Schild. Ich könnte noch ein Schild zünden. Und den Rest bei ihm noch weg machen. Oder? Passt das? Ich bin ein guter Dinge. Er macht aber viel Schaden. Jetzt kann ich mein Schild zünden. Und hoffentlich gleich noch meinen Move bringen. Um ihn zu stürzen. Kreuzhieb ist am Start. Wenn er dann umfällt, habe ich immer noch ein bisschen was übrig. Gegen das Zoom-Pack. Das hat er erst gerade frisch seinen Move gemacht. Die tun sich jetzt hier gegenseitig knödeln. Wie man sieht. Er hat aufgegeben einfach. Der nutzt die Zeit nicht zum Drücken, um zu kämpfen. Sondern er gibt halt einfach auf. Aber Labras war ja auch noch da. Und hat auch seinen Surfer schon wieder voll gehabt. Also. 2 zu 1. 2 stehen noch aus. Überliga. Macht Spaß. Auch jetzt. Wo man schon ein bisschen so weiter oben ist. Wo ich in der Superliga nur noch so abwechselnd Win-Lose, Win-Lose, Win-Lose habe. Habe ich hier sogar. Ja gut. Win-Lose-Win momentan. Das heißt jetzt wieder Lose. Und dann ist es dasselbe. Poke. Fanger. Held. Giratina Dragoran. Ich. Verdammt. Habe bestimmt wieder keine Drachen-Moves. Im Quick. Im Quick Pool. Doch habe ich. Hier habe ich es anders. Das ist sehr gut. Nur das Dicke mit den Flügeln ist anders. Hier geht es nämlich so. So. Haut der jetzt. Haut der eine Drachenklaue raus. Ist die stark. Haut die mich weg. Wir lassen mal eine durch. Wir schauen mal. Drachenklaue. Macht. Nicht so viel. Wir machen Drachenklaue. Mit mehr. Das verspreche ich ihm. Dass da mehr dran ist. Deswegen muss er es auch schilden. Gut. Und den Rest. Kriegen wir den Rest noch so. Wir machen doch voll viel Schaden. Und er ist weg. Er ist einfach weg. Er kommt mit. Galoppa rein. Das ist auch ganz speziell. Da Labra setzt. Aber das ist doch Eis. Und er hat Feuer. Bist du denn verrückt? Ja. Aber ich denke trotzdem. Das ist das Labras mit. Er hat ja gar keine Schilde mehr. Nichts. Er wechselt jetzt raus. Auf Maromai. Ja. Dann wechsle ich jetzt auch auf Maromai. Ich habe nämlich noch Schilde. Im Gegensatz zu dir. So. Lass mal durch. Ganz easy. Ist schlau, ne? Er sieht. Oh. Der hat ein Wasser-Pokémon. Gegen mein Feuer-Pokémon. Aber eigentlich hat er ja erst mal Feuer gegen mein Eis-Pokémon. Hätte er doch ruhig ein bisschen was machen können. Er wechselt direkt auf Kampf gegen mein Eis. Aber ich durfte ja auch wechseln. Also bin ich hinterher. Habe ihn verfolgt. Er kommt mir nicht davon. So. Jetzt kann ich mein Schild nehmen. Eins von zwei. Und da wird mir noch eins übrig. Acht, neunzehn, Kreuz, sieben. Galoppa. Galoppa Gaudi. Hätte man eigentlich Steinhagel machen müssen. Aber dauert wieder zu lange, bis das voll ist. Deswegen hauen wir das hier schnell drauf. Steinhagel hätte auch sehr effektiv getroffen. So. Warum gibt er nicht auf? Ist schon wieder Verbindung verloren, oder was? Wenn es immer so lange dauert, ist kein gutes Zeichen. Das heißt immer, dass... Ja, es nimmt gar nichts mehr ab bei mir. Gegner ist schon klinisch tot. Sitzt am Handy mit offenem Mund. Kann es nicht fassen. Ne? Das war gar kein Lose. Das war ein Win. Das heißt, ich habe die Pokémon-Belohnung schon wieder freigeschalten. Und habe vier... Ne, jetzt habe ich mich... Ich dachte, ein Kampf ist noch übrig. Ja, wieder vier gewonnen. Da müsste man jetzt eigentlich aufsteigen zu 18. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, dazwischen sind immer zehn Siege, die man braucht. Das ist ja egal. Selbst wenn ihr nur einen Sieg in einem Fünfer-Set habt, geht das ja trotzdem eins nach vorne. Es gibt ja noch keine Punkte. So, das ist richtig schlecht. Gehen wir mal drauf. Reicht das jetzt? Nein, es reicht nicht. Da fehlen immer noch zwei oder irgendwas. Dann weiß ich jetzt gar nicht, wie viel man braucht. Aber Rang 18 ist hoffentlich heute noch drin. Wir machen bis Rang 18 heute. Ramses der Dichte mit den Krampfanfällen. Man kennt ihn. Krampfi. Die Große habe ich bei sie getauft. Von den Simpsons, genau. Kampf beginnt. Gegen Janusz MC. Was ist das? Da steht nichts. Tommy Craft. 39. 39. This is a man. Toxikak. Da bin ich wieder ein bisschen sprachlos. Gegnerwische Attacke. Wir lassen es mal durch. Er macht ja kaum Schaden. Dann wird er sich jetzt hoffentlich gleich nicht ändern. Nee. Dann machen wir so weiter. Und hoffen, dass der nicht wechselt. Weil Toxikak stehe ich immer da bei meinem Team und weiß gar nicht mehr, wovon und hinten ist. Das sieht aber gut aus. Deswegen freue ich mich über jedes Toxikak, was kommt. Wenn niemand sieht, kann man darauf kacken. Habe ich das jetzt extra so gemacht, dass ich das durchlasse, um meinen Huf voll zu haben für den nächsten, der kommt. Und nehme gerne nochmal so eine Schlammpackung mit. Nehmen wir mit. Genau. Geh mal raus. Und wer kommt jetzt rein? Es ist ein... Eis... Labras. Der muss ich ja wechseln. Das ist auch noch ein Krypto. Aber der muss auch wechseln eigentlich. Der kann gar nicht drin bleiben. Und krypt euch so stark, dass ich vor lauter Angst schnell mein Schild nehme. Jetzt habe ich bei... Guck mal, das hätte viel schneller gehen müssen, der Wechsel. Jetzt kommt er mit Logok. Oh, das heißt eigentlich, jetzt müsste ich wieder Steinhageln machen. Aufs Brennende. Aber wir machen es so. Er hat auch noch... Hier ist noch Schild. Ich muss jetzt jedes Schild, was ich habe, nehmen. Und jetzt hätte ich eigentlich kein Schild nehmen dürfen. Äh, ein Schild nehmen dürfen, aber ich hätte meinen Move nicht reindrücken dürfen, damit ich jetzt einfach ihn umbringe. Oh, wir schaffen es sogar nochmal und können jetzt auf das Labras den Move machen. Perfekt. Das ist doch perfekt. Der war gar nicht reingedrückt. Der ist noch da. Und der wäre doch jetzt bestimmt ab, oder? Ja. Aber ich kann trotzdem noch ein, zwei Schläge machen und den nächsten Kreuzhieb auf den Bauch. So. Das gefällt mir gerade richtig. Und der wehrt wieder ab und wir schlagen wieder drauf. Und er hat ja nur noch das. Komm, wir kommen auch jetzt mal mit Labras. Gucken wir uns mal gegenseitig Labras an. So ein bisschen. Shiny gegen Normal. Durch seine Stinke-Aura hat er auch so ein bisschen Lila-Touch. Server eingesetzt. Nee. Dann serve ich dir zurück. Giratina ist immer noch am Start mit zwei vollen Lademoves. Auf der Ersatzbank. Brennt wie Feuer und denkt sich, ey, lass mich mit. Obwohl ich sehe gerade, das hat ja gar keine Energie mehr. Lass mal. Server. Server. Hier ist Server. Ich surf dir. Es kommt gar nicht mehr zum Surfer. Es kommt zu gar nichts mehr. Und es reicht. Erster Sieg. Ich hoffe. Obwohl jetzt ist eigentlich Verschwendung. Jetzt müsste ich, um Zeit zu sparen, wenn ich zwei gemacht habe und zwei Siege habe, die ja zum Levelaufstieg reichen, müsste ich eigentlich den Rest überspringen, um dann schon mal die Zeit in das nächste zu investieren. Aber erst mal zwei Siege schaffen. Und gerade habe ich ja noch gesagt, sowas mache ich nicht. Karma. Passend dazu. Da holt dann das Karma wieder ein. So, du bist du, das wechsle ich gleich mal raus und schau zu, wie du auch wechselst, auf Gift, Flug, hä? Gift und Flug. Was ist das? Ich dachte jetzt, er hat wieder mit Gift ein... Es ist ein... Ein X-Bad. Dann mache ich jetzt ein Steinhagel wegen Flug. Damit rechnet er nicht. Gift und Flug, das Eis auch wieder interessant und gut. Barricadex brauche ich nix mehr mir hier rausholen. Das lass mal. Komm mit Lapras. Na, wenn er jetzt wieder aufs Barricadex geht, habe ich wieder den Brettschiss. Lass mal durch. Lass mal nicht. Wir lassen einmal durch. Ich weiß nicht, was er da hat. Was er da so macht und kann. Spukball. Okay. Ja, das ist gegen Giratina natürlich dann auch doof. So, er hat ja jetzt nix mehr. Eigentlich. Hätte ich voll auf Eis gehen können, aber wir gehen erst mal aufs Server. Würde ich jetzt abwehren. Versuchen mit den Quick... Das ist jetzt mein... Versuchen mit den Quick Moves jetzt ihn runterzuziehen und schon mal den Server zu laden. Fürs Barricadex, dass der einen auf die Nase kriegt, wenn der wieder reinkommt. Nein! Es kommt kein Barricadex, es kommt ein Slymog. Muss ich jetzt etwa wechseln? Oder drinbleiben? Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Was machen die? Ich bleib mal bei dir. Der kann ja bestimmt auch Unlichtzeug, oder? Nein, der Donnerschlag. Warte, den denn her? Dann mache ich jetzt mal einen Eisstrahl, einfach so aus Spaß. Um mir anzugucken, was das macht. Ich würde ja gerne jetzt aufs Giratina wieder gehen, aber der wechselt bestimmt gleich wieder rüber. Auf seinen Halunken. Auf seinen Halunken-Joe. Und jetzt muss ich trotzdem hier hin. Und jetzt haut er direkt seinen Move raus. Wieder Donner. Das ist kein Donner, oder? Der wird doch nicht nur mit Donner angreifen. Finstaura, genau. Damit, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt kriegt man den vielleicht hier weg. Müssen aber schauen, dass wir gegen Barricadex irgendwie was hinkriegen. Er hat noch zu viel. Müsste mit Drachen, glaube ich, angreifen, weil er ja mit seinem Unlicht gegen den Geist Vorteil hat. Also muss ich sowieso auf Drache gehen. Aber ich habe ja auch Drache-Normal drin. Es ist noch nicht verloren, glaube ich. Es könnte noch irgendwas funktionieren. Ich weiß ja nicht, was der jetzt gerade für Quick-Moves hat. Ach, na gut. Wenn er nochmal hier Nachthieb macht, oder was das war. Ja, nee, dann ist es vorbei. Aber ich habe Drachen-Moves gehabt. Im Quick. Und auch so. Und überhaupt. Und 1 zu 1. Ihr seht, ist gar nicht so einfach, da zwei Siege zu kriegen, wenn man sie braucht. 17. Immer noch. Puggies. 2288. Mit der Weimar-Flasche. An der Seite hängend. Skorgro. Das ist Giftflug. Ja. Flug. Was Boden. Halli, Schatz. Um 8 gibt es Frühstück. Es ist schon halb 9, Mann. Ja, das ist London-Zeit. Das Go-Fest findet in London statt. Das sind die eine Stunde hinterher. Das heißt, um 9 bei uns. Gibt es Frühstück. Adi. Weil es dann erst um 8 ist. In London, glaube ich. Oh mein Gott. Hör doch jetzt mal auf. Ich brauche den trotzdem noch ein bisschen, weil ich nicht weiß, was kommt. Nachthiebmann und Drachenklaue. Wird es ein Schild? Wird es ein Hit? Oder wird es Shit? Man weiß es nicht. Er lebt. Er ist der Holzmichel. Er lebt noch. Jetzt durchlassen? Komm, lass mal durch. Ich opfer dich jetzt. Digga, du lebst ja doch. Was bist du denn? Wat? Wer bist du denn? Relaxo. Na, das ist schön. Muss ich jetzt aber so machen. Genau, dass ich Maromai hole. Aber mir den Konda noch offen hält. Äh, den Wechsel noch offen hält. Falls er raus geht. Und er geht raus. Und er geht auf Garados. Und das heißt, ich gehe auch raus, weil er hat ja Flug und ich habe ja Eis. Und jetzt kann ich immer noch so tun, als ob. Lass mal durch. Ja, die Quick Moves sind halt jetzt nicht so krass. Ich würde aber auch nicht auf die... Auf den Eisstrahl gehen, weil er immer noch zwei Schilde hat. Dann müssen wir uns halt jetzt so hier durchwursten. Das ist auch wie ein kleines LKW-Rennen, oder? Immer noch zwei Schilde. Was soll denn das werden mit dem Relaxo noch? Hey, ich bin auch schon, gell? Kann ich dem Relaxo was antun? Wenn ich dich habe. Der wird bei Relaxo jetzt jetzt tausendmal Schädelwumme machen, oder irgendwas, und dann... Ja, komm, ich lasse es mal durch. Kurz. Ich lasse es mal durch. Okay. Verteidigung. Sing. Der ist tot. Habe ich jetzt noch einmal? Der Surfer ist noch mal da. Okay, 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 okay. Bevor ich sterbe. Und mein Schild habe ich auch noch. Und er lässt schon wieder durch und hat immer noch zwei. Ich muss jetzt alles irgendwie hinkriegen. Kreuzhieb ist schon mal da. Ein Schild ist schon mal weg. Cool. Und ansonsten macht er ja trotzdem zwischendurch gut Schaden. Hoffe ich. Lasse ich einen Move durch von ihm. Ich weiß gar nicht, was der hat. Einen Move durchlassen vielleicht. In der Hoffnung, dass er den einen Move überlebt. Ne, warte. Muss ich gar nicht. Der braucht ja so lange. Ich glaube, ich kann einfach mein Schild nehmen. Und hab den dann mit den Quick Moves trotzdem schon wieder fertig gemacht. Hier. Das passt ja. Wer es jetzt durchlässt, der hat echt... Außer er hat sich zwei geladen. Und das ist nur so zum Spaß. Das ist eh nur Bodyslam. Na, der hat bestimmt direkt noch einen Empeddo, oder? Ja, der hat genau noch einen. Bodyslam ist nicht so stark. Dann mach jetzt bitte deine Quick Moves. Der hat dich doch jetzt nicht überlistet, oder? Kann er doch gar nicht. Guck dir das an. Und? Oh, er ist tot. Hätte jetzt keinen Unterschied gemacht, wenn ich ihn einmal durchlasse und dann direkt schilde. Hätte ich ja genauso viel Energie gehabt, oder? Wie wenn ich jetzt erst geschildert habe und dann der durchging, weil er zwei gemacht hat. Auf jeden Fall ist das jetzt der zweite Sieg gewesen. Müsste eigentlich reichen für den nächsten Rang. Aber wenn ich noch einen gewinne, dann kriege ich ja schon wieder die Pokémon-Belohnung. Hey, und schon ist die Entscheidung abgenommen. Ema Ruda, oder wie der hieß. Sumpex. In der Krypto-Variante. Gib mal Ruhe da. Ema Ruda. Was ist da los? Und er wechselt auf Togekiss. Dann kann ich jetzt aber wenigstens meinen Labras reinholen. Da hat er nicht viel gemacht. Und deswegen kommen wir hinterher. Und dann finde ich das doch schon mal gut. Dann ist das Togekiss gefühlt erst mal weg. Weil das gegen uns nicht viel machen kann. Er kann zwar Antikkraft machen, aber... Das sieht erst mal schön aus. Hier. Zack. Gar keine Gefahr. Gar nichts. Nichts. Noch weniger. Ich würde jetzt auch schilden, weil ich das Labras einfach so schön finde. Und das Labras ja auch gegen Sumpex trotzdem gut was machen kann. Also nehmen wir das lieber mit. Falls er Sumpex holt, machen wir direkt Surfer drauf. Oh, der kommt mit. Riggis Deal. Was hat er denn jetzt vor? Ja, Riggis Deal. Da bräuchte ich aber eigentlich mein Maromai. Aber ich kann ja jetzt gerade nicht wechseln. Und wenn ich wechsle, wechselt er bestimmt auch. Also surfen wir uns einfach weiter durch. Und ansonsten habe ich... Na gut, Giratina hätte ich noch dann. Wenn er wirklich rauswechselt und ich muss es durchlassen. Ich muss es durchlassen. Der muss sterben und dann muss ich auf Maromai und dann muss ich gucken, dass ich... Falls er wechselt, ich auch wechsel und dann das Maromai immer noch hab für ihn. Also auf Maromai und draufhauen und wenn er wechselt, wechsel ich auch. So, wechselt er, er wechselt nicht. Jetzt wechselt er. Oh Mann, jetzt wechselt er, weil ich hab gerade nicht gewechselt. Also wechsle ich jetzt doch, weil ich bin ja tot, also darf ich natürlich das wechseln. So, ich wechsle, guck. So, er ist rausgewechselt. Ich wechsle auch wieder raus und verfolge ihn schon. Immer schön, Verfolgungsjagd. Mal einen durchgehen lassen. Hat ja nicht mehr viel. Schwimmen, Fahrradfahren, alles dabei. Komm, eine Drachenklaue. Er hat immer noch beide Schilder. Ich weiß nicht, was er vorhat. Schilder? Schilde. Das Schild, die Schilde. Das Schild, die Schilder. Sagt man hier auch Schilder oder sagt man das Schilde? Weil das ein anderes Schild ist. Von der Art her. Jetzt lass ich's aber durch. Weil ich muss unbedingt alles auf das Registril drauf prügeln. Guck, das hat ja nicht mehr viel. Okay. Jetzt macht seine Attacke. Weil ich Angst hab, mach ich natürlich mein Schild. Und das dürfte meine Pokémon-Belohnung sein. Kreuzhieb geht auch durch. Der macht jetzt sicherlich auch sein Schild. Naja, hat's durchgehen lassen. Gut. Hätte er noch nehmen können und hätte danach eine auf die Dochtel bekommen. Das ist die Pokémon-Belohnung. Einen hab ich verloren. Das heißt, einer ist in dem Set noch offen. Nächster. Hyper. Super. Wunderbar. 50 Minuten. Boah, das schaffen wir aber. Dann haben wir Rang 18 hoffentlich erreicht. Und schaffen nicht noch ein Match. Wir müssen nämlich auch gleich einkaufen. Ihr hört schon die Klospülung im Hintergrund. Solange wie das Baby in der Schule ist. Hallo Pupsi. Der hat wieder. Der hat wieder hier Schlecker und so Zeug. Aber jetzt kommt er mit Staraptor rein. Staraptor. Da denke ich wieder, das ist Typ Normal. Also komme ich mit Typ Kampf. Aber er hat ja Typ Flug gegen Typ Kampf. Also müsste ich eigentlich doch Steine werfen. Aber ich sehe, das haut er richtig rein. Also vergesst mal die Steine. Wir hauen so drauf. Und mehr ist es nicht. Toast. Nahkampf. Nahkampf. Und jetzt hätte ich... Oh, wieso habe ich jetzt den Move gemacht? Den hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Das war Pupsi jetzt mit ihrer Toasttüte. Das ist so. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Der hat ja nur noch so wenig Energie gehabt. Du doch kein normaler Mensch. Extra. Nochmal. Einen Move zünden. Das nimmt man noch so mit im Quick. Dragoran. Flug. Bestein. Lässt er auch durch. Weil er wirklich dachte, ich habe nichts. Bin jetzt weg. Relaxe, komm wieder rein. Giratina. Ähm. Ne, er hat ja Schlecker. Bringt nix mit Giratina. Also doch, Labras. Und er hat nichts anderes mehr. Die Frage ist, was hat er für Moves? Ich kenne seine Moves halt nicht. Er könnte Bodyslam. Aha. Kann er nicht auch Kraftkoloss oder sowas? Verwechsel ich bestimmt. Ne, Schädelwumme oder sowas kann er doch. Aber das ist auch, glaube ich, Typ normal. Na egal. Lass mir erst mal ihn seine ganzen Schilde jetzt rausnehmen. Wir haben ja auch noch eins. Noch eins. Ich hoffe wieder, dass es Bodyslam ist. Hm. Jetzt unter der Hälfte. Aber einen würde er, glaube ich, noch wegstecken. Einen verträgt er noch. So. Surfer. Nochmal. Jetzt könnte ich vielleicht ein Schild nehmen, damit ich nochmal zu einem Surfer komme. Einen Eisstrahl will ich ja gar nicht ausprobieren. Nur einen Surfer möchte ich ausprobieren. Mehr nicht. Und dann würde ich vielleicht sogar aufs Giratina wechseln. Nochmal zur Sicherheit. Damit er das Giratina alles abkriegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt schnell wechseln. Das ist egal, was er macht. Es einfach direkt aufs Giratina geht. Das Giratina einfach alles abbekommt. Bodyslam. Das macht ja gar nichts. Da kann ich den Rest auch mit den Quick Moves machen. Drachenklaue ist voll, aber ne, manet. Wir machen es natürlich so. Super, Ingo. Super. So. Ihr könnt jetzt bei Wetten, das mitspielen und erraten anhand der Geräuschkulisse, was Pupsi sich gerade zum Frühstück macht. Klingt auf jeden Fall nicht nach Kornflakes. Haben wieder vier von fünf gewonnen. Haben wieder die Pokémon-Belohnung. Da ist wieder ein Onyx drin. Hm. Nur weil du eine leere Toasttüte weggeräumt hast. Das kann ja alles sein. Hier lag ja auch ein Joghurtdeckel auf dem Tisch alleine. Das heißt ja nicht, dass du gerade Joghurt gegessen hast, oder ich. So. Rang 18. Das ist es. Und für die nächsten müsste man wieder heftig kämpfen. Und dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. Wir sind schon 54 Minuten am Start. Das heißt, wir sind gerade, ja, bei 96 Siegen, 160 Kämpfen, 8 Serie, 145.000. Beim letzten Mal habe ich 214 Kämpfe gebraucht für A's. Wir sind jetzt bei 160. Das heißt, es ist noch ein schönes Stück vor uns. So. Ansonsten, wie weit seid ihr gerade? Habt ihr Bock auf Hyperliga? Spielt ihr immer Hyperliga? Spielt ihr was anderes? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ist das Saurika? Oder ist das ein Pizza? Was schmeckt es denn? Paprika. Paparoni. Paparoni.